Hallo liebe FCA-Fans, wir machen heute eine Cornhole-Challenge. Ich, Mats, Winter und Arne. Das sind die alten Spieler gegen die jungen. Also ich und Mats gegen die jungen Spieler. Lass uns anfangen. Würdest du spielen? Ja, manchmal. Viel Glück. Viel Glück. Die Jüngeren fangen an. Komm an. Oh ja. Wenn du draufbleibst, kriegst du einen Punkt. Wenn du rein ins Loch gehst, kriegst du drei Punkte. Also jetzt. Null. Jetzt kommt's auch. Ja, das ist so schick. Das gibt's doch nicht, ey. Nein! 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 Können wir sie aufbauen? Ja. Ich glaube so. Nein! Frisbee! Rein ins Loch. 1-1. Hey, Übertritt. Nein! Also. Komm bitte. Wow! 1-0. Sebastian. Let's go! Go! Go Pro! Pass auf! Oh, das ist ein halbes Punkt. Nein! 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 Kacke! 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 1-1. 1-1. Also, entscheidendes Spiel. Entscheidendes Spiel. Wer fängt an? Die Jüngsten. Die Jüngsten. Ja, die Jüngsten. Die Jüngsten. Abing für den. Komm schon, Mads. Wow! Arnie, du musst es aufbauen. Wow! Nein! Wow! Schade! Schade, meine meine meine. Heppah! Oh, das ist gut. Oh! Hey! Du hast einen. Du hast einen. Fantastisch. Hey, Mads. Du kannst es aufbauen. Wenn du es aufbauen, dann haben wir noch drei Punkte. Wie das? Oh! Ich war fast aufbauen. Let's go an. Er muss es aufbauen. 2 Punkte! Schade! Und wir sind auf vier, oder? Wie? Wir haben ja nicht gemacht. Wir haben schon vier Punkte. Wir haben nur zwei. Aber... Oh! Ei! So! Glückwunsch! Tiels! Dankeschön! Good game! Better luck next time! Ah, der ist doch fertig! Das war's! Danke! Danke! Bis im Stadion, oder? Oder im nächsten Video!